Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge... ...Folge! Let's knuddel Minecraft! Ja, ich nehme nochmal ein bisschen auf vom Urlaub. Da unten planscht ein Skelett und... ...überall sind verdammte Höhlen. Es ist zum Außer-Haut-Fahren. Es ist so ein neuer Sport, neuerdings. Außer-Haut-Fahren und so. Naja, egal. Ich wurde gefragt... Das hört sich an wie... Wir haben 100 Leute gefragt. Was halten sie von Katzen? Ja, ähm... Ich wurde gefragt, ob die zwei zu zweit bleiben oder nicht. Und... Ne, das bleiben sie, denke ich, nicht. Früher oder später kommt da schon mehr, aber erstmal bleiben sie zu zweit. So, wir gehen erstmal raus und lassen die Tür aussehen offen. Da ist ein Creeper. Da ist ein Zombie. Schauen wir doch mal so. Äh, wo ist der Creeper hin? Ist der jetzt schon... ...weggespawned? Ey, spawn dich weg, du! Ich seh ihn nicht mehr. Ich habe Angst. Hm. So, ich hoffe, ich komm da jetzt irgendwo runter. Hä? Yay! Lian und FTW! Bats! Gleich kommt ein Creeper und... Haut mir mein Trommelfell kaputt. Mit einer Schaufel. Stellt euch jetzt bitte mal vor, ein Creeper ohne Arme mit einer Schaufel, der dann mit einer Schaufel mein Trommelfell versucht kaputt zu kloppen. Ich würde das gerade gerne irgendwie... Vielleicht, komm, ich kann mich ja da versuchen künstlerisch so irgendwie auszulassen, aber ich glaube, bei mir würde das eh nichts werden. Oh, jetzt dachte ich schon. Ein weißer Creeper. In Wirklichkeit sind es nicht... Äh, es ist nicht ein Wolfs-im-Schafspelz, sondern ein Creeper-im-Schafspelz. Genau. So ist... ...das... ...nämlich. Nämlich. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, so ist es. Ich hoffe, ihr schreibt nie nämlich mit H. Und dämlich hoffentlich auch nicht. Das war so ein Spruch, so ein typischer Kindheitsspruch, oder? So. Den man ständig von seinen Eltern hört. Also bei mir war das zumindest so. Ups. Also hier ist es auch echt extremst hässlich, ne? Da muss ich mir irgendwie das Terra formen. Das geht so nicht. Das mache ich jetzt sofort. Sofort. So. Das ist hier schon extremst scheiße, so. Ich weiß nicht. Was hatte sich die Natur da wieder gedacht? Also, man sagt ja so im Real Life, sagt man ja gerne, die Natur ist der beste Künstler. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Minecraft-Natur sich manchmal denkt so... Let's troll Minecraft-Spieler. Ich weiß nicht. Manchmal frage ich mich schon. Was haben sie sich da nur gedacht? Da könnte man Wasser reinmachen, oder so. Irgendwie. Ach ja. Ja, ja. Ja, ist gut. Ja, finde ich super. Puh, ein Huhn. Das steckt dahinter. Das steckt da mit drunter. Das ist wohl Klavikloßbrühe, oder? Klaviklöschen. So. Die ganzen Bäume wollen hier nicht wachsen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das hier ein bisschen feindlich anscheinend. Dünkt mir so. Los. Wachse, wachse, wachse. Ich möchte mehr Bäume, ey. Wachse, wachse, wachse. Los, da noch ein Baum hin. Ah, Zombie! Oh, Baby! Okay. Das war dann... BTF? Wirklich, BTF? Was soll das? Soll das schön sein? Also, nee. Nee! Ich finde das nicht gut. Manchmal einfach... Nee! Und du Huhn kannst auch gehen. Wir haben heute kein... Wir haben heute kein Bild für dich, Huhn. Verpiss dich. Wir wollen dich hier nicht. Du bist hässlich. Sie hat gesagt, ich bin hässlich. Jaja. Heul, halt, rum. So. Wir haben eigentlich total viel Holz, habe ich gesehen. Ähm, da. Und ich hacke das trotzdem ab. Ähm, egal. Wir machen jetzt uns eine Schaufel. Schaufel. Bis da und... Bis da und... Da und da und... Und die Schere brauchen wir erstmal nicht. Wolle... Wir können schon an der Nase kratzen. So. Okay. Okay, 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 okay. Ähm... Wir könnten noch ein Feld mal anlegen. Fälschen. Och, nicht schon wieder, verdammter Schein. Wieso eigentlich? Da frage ich mich manchmal schon so. Ich weiß, ich fliege gerade, aber es ist mir egal. Willst du mich eigentlich verarschen, du Scheiß? Ding da. So. Och, da. Mann, das nervt mich. Das nervt mich extrem. So. So. Wird schon ganz warm vor lauter Aufregen. So. Sapling. So. Okay. Wir lassen es einfach offen. Ist mir nämlich zu blöd. Ha. Katzen. Dass ihr es wisst. Ist mir jetzt zu blöd. Ja, ja. So. Oh, es wird bald dunkel. Ein bisschen. Hier kann man noch ein bisschen Gras wegreißen. Hups. Das war jetzt überhaupt keine Absicht. Hups. Hups. Sasa. Entschuldigung. Hups. Sasa. Das tat mir jetzt aber leid. Hups. Ups, ey. Also, nee. Das war echt... Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie unabsichtlich das war. Äh, äh, äh. Ja. Schwarze Feder. Die schwarze Feder steht für ihre schwarze Seele. Es war ein schwarzes Huhn. Ein schwarzer Tag für den... Für den schwarzen Huhn. Viele... Ja, 18 reichen, glaube ich, auch erstmal. Ähm. Wo legen wir denn das Feld am besten an? Da unten. So, vielleicht. Da könnten wir ein bisschen... Sand hier wegmachen. Dann könnten wir da ein Feld anlegen. Wäre doch ganz hübsch. Ich fände das hübsch. Deshalb mache ich das. Mir ist es nämlich egal, was ihr sagt. Hehehe. Hehehe. So. So. La 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 la. Wir sind Sandbauern. Wir bauen Sand ab. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hm, 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 hm. Singen. Komisches Zeug. La 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 la. Ja. Okay. Äh, ja. La 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 la. Wir spielen unsere Angst einfach weiter weg, fort. Wir haben gar keine Angst. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wir bauen einfach weiter Sand ab. Wir sind total coole Sandabbauer. Wir sind Sand der Bauer weiter... Äh, Gott, was labere ich? Egal. So. Weiter abbauen. Wir bauen weiter ab. Düp, 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 düp. Dam, 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 dam. Ups, eins da... Oh, es wird schon dunkel. Oh, wer... So. Schneller hoch. Oh, mein Gott, Hilfe. Oh, oh. Oh, schnell hoch. Hilfe. Grüezi!